Also wenn wir einen gebraucht zum runterfahren, ich hab noch genug, ich hab genug Stramm mit noch. Weil der, der was drinnen war, der war schon angebracht, den hab ich leer gemacht. Und den vom Jägermeister, das war auch angebracht, den hab ich auch. Den hab ich auch rausgenommen und gleich ausgeleitet. Soll ich auch rausnehmen? Soll ich auch rausnehmen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020